Hier haben wir die Thule verloren. 42 Meter pro Sekunde. Das ist schon etwas. Das ist etwas, ja. Ja, ja. Dass man mich versteht, aber das hier ist der herrschende und stärkste Weg, den wir erlebt haben. Und es ist einfach geil. Untertitelung des ZDF, 2020 Abenteuer. Abenteuer. Rock'n'Roll. Abenteuer. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll.